Sie während der Veranstaltung möglichst 1,5 Meter Abstand voneinander zu halten und ansonsten die Auflagen des Bayerischen Infektionsschutzgesetzes zu beachten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung und rufe den ersten Redner oder die erste Rednerin auf die Bühne. Bitte schön. Danke lieber Johannes, danke für die Anmeldung. Wir stehen heute hier für Kernkraft. Wir werden heute noch nach Grundremmingen fahren und eines der letzten deutschen Kernkraftwerke in Aktion bewundern. Wir werden auch dort noch eine Kundgebung machen und wollen aber hier in Augsburg erst einmal mit einem Infostand, welcher sich hier unter dem Pavillon befindet, dazu einladen, sich über die Kernkraft zu informieren. Wir haben ganz tolle Argumente in einer Broschüre. Kommen Sie gern vorbei. Nehmen Sie sich eine Broschüre, nehmen Sie sich ein Flugblatt. Wir haben nicht die Erlaubnis, das Ihnen in die Hand zu drücken, aber kommen Sie doch gern hier zum blauen Pavillon und nehmen Sie sich die Broschüre mit den tollen Argumenten für die Kernkraft.